Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Bad Hersfeld soll von einer autogerechten zu einer lebenswerten Stadt umgebaut werden. Betitelt HNA das. Und liebe Grüße gehen raus, hat mir ein Abonnent nämlich zugeschickt, der in der Ecke dort wohnt. Und das ist ganz interessant zu sehen, wenn man sich überlegt, dass hier im Titel bei dieser Nachricht schon gesagt wird, von einer autogerechten zu einer lebenswerten Stadt umgebaut werden. Das suggeriert ja, dass es, wenn eine Stadt autogerecht ist, zum Beispiel Parkplätze hat, überhaupt Parkplätze verfügbar hat, Parkplätze, die bezahlbar sind, breit genüge Straßen, so dass du nicht nur am Hin und Her rangieren bist mit dem Auto etc. pp., dass das wiederum bedeutet, dass diese Stadt nicht lebenswert wäre. Das ist eine bodenlose Frechheit. Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Es geht hier um Fortbewegung. Es geht um Mobilität. Aber das Ganze sieht in Bad Hersfeld anders aus. Dort wird es anders gesehen. Der mit Spannung erwartete Masterplan Mobilität für Bad Hersfeld ist am Mittwochabend im Stadtplanungshausschuss erstmals öffentlich vorgestellt werden, heißt es hier. Wie sieht dieser Masterplan ganz genau aus? Dazu gehören, der Ausbau des ÖPNV und Individualverkehr zu reduzieren und bessere Wege für Fußgänger und Radfahrer. Und versteht mich nicht falsch, ich habe selbst ein E-Bag, ich fahre sehr gerne Fahrrad. Und genauso gehe ich regelmäßig joggen. Das mache ich auch sehr gerne. Aber ich bin nicht so absolut, dass ich sage, weil ich jetzt mit dem Fahrrad fahre, weil ich jetzt mit dem Jogger, also meine Beine benutze, als Fußgänger unterwegs bin, muss jetzt auf der anderen Seite das Auto darunter leiden. Nein, absolut nicht. Ich bin dafür eine Coexistenz. Ja, natürlich. Und dann heißt es weiter, der Klima- und Umweltschutz spielen ebenso eine zentrale Rolle wie die Inklusion oder Förderung des Tourismus. Wir können allerdings nur die Vorlage für Veränderungen geben. Den Ball müssen Sie schießen, sagt Dr. Michael Walter zu den Stadtverordneten, heißt es hier. Ja, Leute, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es abläuft wie in Osnabrück. Beispielsweise, dass man hier Tempo 30 dann bei verschiedenen Straßen sehen wird, dass dann Parkplätze massiv abgebaut werden, wie es auch in Osnabrück läuft, 34 Parkplätze, die jetzt hier den Anwohnern verloren gehen. Oder aber auch, dass hier einfach mal wie in Osnabrück Etikettenschwindel. Pop-up-Radweg an der Mindener Straße wurde dauerhaft angelegt, dass so etwas passiert. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten und ciao.